Ich bin Barbara Hammer, ich bin Professorin an der Universität Bielefeld im SciTech Excellence Cluster, was sich um kognitiv Interaktion kümmert und ich selber vertrete den Lehrstuhl für maschinelles Lernen. Das heißt, wie kann man aus Daten Gesetzmäßigkeiten lernen? Also die künstliche Intelligenz beschäftigt sich ja damit quasi Technologie intelligent zu machen, dass wir die Intelligenz, die wir Menschen zeigen, die Maschine bringen und da sehe ich erheblichen Nutzen, weil wir so sehr viele Tätigkeiten, die eben sehr aufwendig sind, automatisieren können, sofern sie durch Regeln beschrieben werden können. So etwas wie zum Beispiel langweilige Mails automatisch beantworten, weil die immer jedes Mal gleich beantwortet werden. Das könnten wir automatisieren. So etwas wie, wenn wir jetzt in die Industrie gehen, Softwareüberwachung zu machen, also Schadensfälle bei Software automatisch zu finden. Da wird auch KI verstärkt eingesetzt oder so etwas wie Qualitätskontrolle zu machen. Da kann man KI einsetzen. Worauf man achten muss, ist, dass KI sauber evaluiert wird, dass sie in den Bereichen, wo sie eingesetzt wird, wirklich gut auch aufgesetzt wurde, dass sie mit dem Menschen kompatibel ist und der Mensch nicht KI für Sachen einsetzt, wo sie gar nicht eingesetzt werden sollte und dass man eben auf die Sicherheit achtet, dass sie nicht Sachen, auch private Sachen eben zeigen, die man gar nicht zeigen möchte. Eine KI-Plattform, die eben im Endeffekt Wissenschaft und Anwendung vereint, da würde ich einen exheblichen Nutzen sehen, weil eben insbesondere die Sprache von Forschern wie mir und Personen, die die KI nutzen wollen, komplett nicht zusammenpasst. Das wäre eine erste Aufgabe, die Sprache zu übersetzen. Wenn zum Beispiel ein Nutzer sagt, oh, ich brauche für meine Produktion einen virtuellen Sensor, das heißt, ich brauche etwas, was als Sensor selber zu teuer ist, aber ich messe andere Daten, aus dem ich diese Sensorik dann errechnen kann, dann würde jemand sprechen von einem virtuellen Sensor, ich würde sprechen von einer Regression und das ist zum Beispiel schon eine Inkompatibilität, wie man diese Sache übersetzt. Welche Anforderungen hätte ich an eine KI-Plattform? Ich wäre ja adressiert durch eine Plattform als Forscher, also wenn ich sie selber benutzen wollte. Ich gehe jetzt mal ganz in die Praxis zum Beispiel, was sehr interessant ist, wir haben hier an der Universität häufig sehr hoch motivierte Studierende, die eine Masterarbeit schreiben wollen und was quasi so ein erster Schritt ist, um mit Anwendern in Kontakt zu kommen und das wäre zum Beispiel eine ganz kleine Sache. Es wäre klasse, wenn da so eine Master-Arbeitsbörse dabei ist oder auch eine Sache wie, ich habe einen sehr schönen neuen Algorithmus, den ich auch auf praktischen Daten testen möchte. Wo bekomme ich denn realistische Problematiken und realistische Daten, um meinen neuen KI-Algorithmus zu testen? Das wären zum Beispiel Sachen, wo ich mir selber auch von einer KI-Plattform etwas verspreche, dass sie mir als Forscher tatsächlich nutzt. Umgekehrt, denke ich, hoffe ich, dass das natürlich für Unternehmen hochrelevant werden wird, die eben dadurch befähigt werden, KI in die Praxis zu bringen. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt die Kompetenzen und Problematiken, die die Personen haben, matcht. Also, dass man halt genau diesen Link herbekommt, welches Problem lässt sich mit der in OWL ja unglaublich vorhandenen Kompetenz mit welcher Person am besten adressieren. Das würde ich mir versprechen davon.